Beleil, Edward Beleil. Hunter, das ist meine Frau Lillian. Ich bin Leichenbestatter. Leichen sind was Wunderbares. Ich weiß bis heute nicht, warum wir unbedingt diese Reise machen müssen. Lillian. Alle Männer hier im Bus sind 29 Jahre alt und haben am 14. Juli Geburtstag. Genau wie du. Neun Söhne zeugte ich. Neun Söhne. Menschen des Tages. Aber Dämonen des Nachts. Aber einer ist abdrücklich. Lass ihn, Osmodee. Nein! Findet ihn! Na los! Dorian! Lillian, wir müssen hier raus. Ja. Dein Hals. Was ist denn da? Ah! 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 War es nicht noch jetzt? Ne, nein! Nein! Nein!